Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Kamaru Usman möchte Dinge tun, die es im Mixed Martial Arts noch nie gegeben hat. Einige Möglichkeiten sind vielleicht sogar ein bisschen zu extrem für den derzeitigen Pound-for-Pound-King, aber er hat jetzt in einem Interview vorgeschlagen, vor seinem Kampf gegen Leon Edwards, wo er meiner Meinung nach wirklich alle Hände voll zu tun hat, gegen Jon Jones zu kämpfen, Freunde. Wie krass ist das denn bitte? Das ist wirklich unnormal. Ich werde euch direkt wiedergeben, was er im Video gesagt hat. Nur mal kurz die Erinnerung. Ihr habt nur noch heute die Möglichkeit, bei ESN, wenn ihr vier Produkte kauft, nur drei zu bezahlen. Mit dem Code NoTime könnt ihr diese Möglichkeit noch wahrnehmen bis zum 19.8. Also schlag gern zu. Es wurde restockt, das Athlete-Stack und ebenfalls neue Proteine. Guckt gern vorbei und jetzt geht's weiter mit diesem. Wir müssen uns jetzt mit diesen Szenarien zurückhalten, sagte Kamaru Usman. Nee, Jon Jones ist verdammt groß, er ist verdammt stark und er hat auch deshalb aus diesen Gründen total easy den Übergang ins Schwergewicht schaffen können. Wenn das Geld stimmt, werde ich mein Glück versuchen, aber Jon ist großartig. Jon ist ein fantastischer Kämpfer und definitiv einer der besten aller Zeiten. Wie von Kamaru Usman angedeutet, plant Jon derzeit noch, in naher Zukunft sein Debüt in Schwergewicht zu geben, nachdem er Anfang 2020 seinen 205-Fund-Titel aufgegeben hat. Der 35-jährige Jon Jones hat inzwischen klargestellt, dass er nicht in seine ursprüngliche Gewichtstaste zurückkehren wird, falls er überhaupt zurückkehren sollte. Bevor Kamaru Usman versuchen kann, seine hochfliegenden Träume wirklich zu verwirklichen, muss er zunächst Leon Edwards ein zweites Mal besiegen, wenn die beiden an diesem Wochenende gegeneinander antreten. Auch wenn er keine besonderen Wünsche für einen Kampf gegen Jon Jones hat, ist Usman der Meinung, dass er ohne große körperliche Veränderungen in die alte Division von Jon Bones passen würde. Ich muss nicht zunehmen, ich muss nicht am Master aufbauen, wie jeder mir hier erzählt. Ich brauche das nicht. Da habe ich wirklich meine Erfahrung. Die Leute verstehen nicht, wie mein Death Grip aussieht. Ich kann einfach gewisse Dinge umgehen und habe eine hohe Toleranz, sagt er hier, und dafür muss ich mich nicht aufblasen und Muskelmasse aufbauen. Es ist mir egal, ob du im Schwergewicht oder im Halbschwergewicht kämpfst. Sie verstehen einfach, was meine Stärke ist. Ich habe eine Vorstellung davon, was ich in einem Kampf tun will, aber das überlasse ich alles meinen Trainern. Ich habe einen Ansatz im Kopf, wie ich diese Kämpfe bestreiten will und wenn alles andere im Kampf scheitert, dann gehe ich einfach los. Wie auch immer ich kämpfen will, ich werde es tun, ich werde es auf die Art der Trainer versuchen, das ist es, was ihr alle gewillt habt. Ich werde es tun, aber wenn es scheitert, scheiße ich drauf und habe trotzdem gekämpft. Deshalb habe ich Bock, jedem zu beweisen, dass ich der Pound-for-Pound-Beste bin. Ich will sogar ins Schwergewicht gehen von mir aus und gegen Jon Jones kämpfen. Ich will diesen Fight und es wäre persönlich sehr interessant. Er hat es öffentlich gesagt, 205 Pfund könnte er Jon Jones auf jeden Fall treffen. Im Schwergewicht müsste er vielleicht auf jeden Fall ein bisschen Masse zulegen, Freunde. Was denkt ihr über das Ganze? Also vielleicht nimmt sich Kamaru Usman ein bisschen zu viel raus. Jon Jones ist immer noch Jon Jones und ist von Grund auf deutlich schwerer, größer, mehr Reichweite und hat auch ein starkes Ring. Schreibt mir auch immer einen Tatsch in die Kommentare, Freunde, was denkt ihr darüber? Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.